Hallo und herzlich willkommen zu einer Servervorstellung von CrazyJunge1 und meinem Server. Das ist der Spawn. Hier hat es Grundstück, die Grundstückwelt. Und es gibt dann noch andere Welten, die erreicht ihr wenn ihr hier hochgeht. Hier hat es überall noch Schilder, wo ihr lesen solltet. Zum Beispiel findet ihr hier die Befehle. Hier drüben findet ihr die Server-Ränge und die Server-Regeln. So. Der Server ist noch im Aufbau, also der Spawn ist jetzt momentan fertig. Der ist fertig. Hier unten gibt es noch einen Raum. Könnt ihr wahrscheinlich nachher dann betreten. Ich weiß jetzt nicht was erwähne. Ähm, wo ihr ein bisschen Spass haben könnt. Und hier könnt ihr automatisch dann die Grundstücke beziehen. Dazu könnt ihr hier ein neues Grundstück erlangen. Ihr könnt teleportieren dorthin. Und ja. Und ja. Wieder löschen. Und Reset macht ihr es frei. Und ja. Ihr könnt die Protecten. Also Kasten Protecten. Es geht auch anders. Zudem können der Owner, also der Owner und die Operator, ich bin ja der Operator, können auch Grundstücke in einer anderen Welt oder so saven. Damit ihr, ähm, ja, ungestört bauen könnt. Ja. Also dann haben wir hier mal die Spawn-Welt. Die Herbige Welt zeig ich euch gleich. Hier dürft ihr abbauen und bauen was ihr wollt. Ähm, es gibt keine Regeln. Was zerstört wird, wird nicht wieder aufgebaut. Es wird niemand dafür gehatet, gebannt oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur eine Farm-Welt und am besten gebraucht die sie auch nur zum Farmen. Dann gehen wir in die Erbige Welt. Die ist von mir erbaut worden. Hier könnt ihr euch einem Volk anschliessen oder einer Gilde, je nachdem was ihr wollt. Und dann Krieg führen. Dazu gibt es Schlachtfelder, wo extra Protected sind, dass ihr nichts abbauen könnt. Aber dafür könnt ihr angreifen. Dann gibt es viele Völker, also wird es viele Völker geben. Eines ist schon da. Das sind die Pikten von einem anderen. Und... Ja. Dann gibt es hier auch Grundstücke. Ihr dürft die Größe aber wählen. Das ist jetzt mein Grundstück. Hier habe ich eine Tierfarm gebraucht. Nein, das ist ein bisschen verpackt. Darum habe ich sie ein bisschen tiefer gebaut. Und hier entsteht mein Baumhaus. Hier oben ist noch nichts. Noch gar nichts, aber das wird noch. Und hier drüben wohnt der Siri Tab. Und der hat halt hier noch einen Garten gebaut. So, dann kann man zum Pikten-Dorf mal gehen. Ah ja, der Captain Gogo hat das Dorf gebaut. Das ist hier noch geschlossen. Wenn ihr dann zum Volk gehört, ist es auch offen. Also... Der hat hier einen Turm gebaut. Ja. Achtung. Das ist sehr wichtig in einer solchen Welt. Also die erbige Welt ist... Ja. So eine Art Skyeim oder Diablo-3-Welt. Wenn ihr einfach mal Schlachten antreten könnt. Ah, das ist Bonax. Hier gibt es eine Art Trainingskuhle. Und hier... Und hier... Händler. Naja. Die hat mir noch nicht alles gelöchtet. Da sind jetzt die Wandsäle. Das macht nichts. Hier ist sein Besprechungsraum. Da könnt ihr... Ja. Die nächsten Kriegsziele und so. Und hier ist ein Haus zum Verkauf. Da könnt ihr... Ja. Einbeziehen. Und so weiter. Und so fort. Ja. Danke Fockel. So. Das ist die Piktenflacke. Ihr könnt dann Lederrüstung tragen mit den Piktenfarben. Oder sonst etwas. Das zeigt dann, dass ihr dem Volk angehört. Wer hättet ihr nicht angegriffen. So. Und hier ist die Schmiede. Ah, hallo. Ja, genau. Diamantrusspanzel. Ja. Hat die Schnauze. So. Dann gibt es hier oben noch ein Haus. Das ist von Siri Tab. Aha. Und hier drüben ist auch noch ein Haus. Und das wärs jetzt eigentlich schon vom Server. Wir haben noch viel zu tun. Und ja. Also der Server ist kniegelagelneu. Ihr könnt einer von den ersten sein. und hier auch die besten Grundstücke, die besten Dörfer, Regionen, alles mögliche schon mal machen. Da habt ihr einen riesen Vorteil. Es wird sich noch viel ändern und noch viel verbessern. Und wir geben immer 100% für alle. Für das ganze Server. Für die ganzen Leute, die auf den Server kommen. Und ja. Also dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. .. ! 你